Ging Platz 2, uninspekt, dass es hier gelieft. Digga, woher wusstest du direkt Platz 2, Digga? Er hat so scharf gespielt. Nein, wir haben eben Platz 2. Die sind eben gelieft. Ah ja, voll vergessen. Du hast ja noch neben dir deinen dritten Monitor mit der Klarheit schon offen. Die sind eben gelieft. Dein beweglicher Monitor, den du mit deinem Haus nimmst. Das ist doch die CP. Ja, muss ich doch... Ja, das haben, ey. Ja, wie heißen diese Dinger, wo man drauf so rollen kann? Ja, die sind von uns aus. Das ist nett, man. Wo waren die von uns aus? Springen wir mal danach. Jo, Fortmann steht gerade kurz vor deinem 18k. Wäre vielleicht sick, wenn ihr einfach mal alle ein Abo droppen könnt, dass wir dann nach diesem Video hier schon die 18k voll haben. Und ja, weiter mit dem Video. Rainbow. Achso, die habe ich gerade wieder angemacht. Ja, keine Ahnung, weil ab und zu habe ich Packs drin. Da ist der Himmel weiß, dann ist er wieder schwarz. Dann sehe ich das. 126. Laufen. Nein, das ist Luis. Der hat ein schöner Schuss. Da! Mann, die ist auf Züge! Schöner Schuss. Da! Benny! Da! Da hat der Benny direkt im Weg. Kann es sein, dass wir irgendwie nie einen Schuss. Hast du einen EC? Ja, Benny ist schüchtern. Ja, hat er, hat er. Was soll ich denn sagen? Ja, ich habe ihn getroffen. Oh mein Gott. Noch ein Schuss. Pass mir mal bitte den Eisenbogen rein. Ich komme nicht zu dritt auf Schuss. Nee, nee, geht runter. Die geht hoch. Boah! Wir müssen das vergessen. Die haben wahrscheinlich jetzt Base-13er. Benny wäre auch ein 13er. Ja, ich hatte. Und was soll ich. Ja, also ich gehe vom Base-13er aus. Also wirklich. Die machen dann noch mal auf. Ja. Ey, soll ich auf die Erste machen einfach mal? Ey, unten ein Fully-Cook. Unten ein Fully-Cook. Was ist das Erste? Luis, unten Fully-Cook. Der Erste ist 110. Okay, glaube ich. Ja. Die haben bereits nach. Ja, der klickert einen Heftig durch. Die klickern alles durch. Ja, einfach kackt. Ja, die soll in dem Klick... Oh mein Gott, er hat mich so weggebummst. Ich sehe. Oh, jetzt habe ich ihn gebummst. Er ist so. Ey, Nico, siehst du das im... Äh, im Spectator-Chat? Ja. Ja. Ey, nein. Ich weg... Oh mein Gott. Ich habe fast gehetet, weil über mehr Blöcke sind. Ja, der 13er war schon wieder bei Base. Ja. Ich müsste das wohl drunter ein bisschen regen. Aber ich möchte euch auch gleichzeitig drauf achten, dass der 13-Malte-Spine. Ja, dieser Luis klickert auch. Willst du rein? Ja, der Luis klickert auch. Luis klickert doppelt rein. Mit 8... Also durchgehend 8000 CPS. Nein. Ich habe gedacht, er kriegt wenigstens ein Count-Hit ein. Aber der gar nichts gemachte Typ. Wir haben jetzt schon zweimal gegen uns unverdient gewonnen wegen Specs. Ja. Cool. Cool. Und den juckt's. Staffat. Mach einfach weiter so, das ist wirklich gut. Ey, einfach runtergelaufen. Töcki töcki. Mh. Muss unten gehen denn jetzt. Das tue... Hä, wieso hast du nur da Schafe? Weil ich einen einzelnen Schaf macht den nicht ausgerufen. Das ist wirklich gut. Jetzt effektiv. Wem richtig fehlt random Stuff auf hier oben wegen? Komm halt perfekt. Ja. Einfach weitermachen. Ich koalte, wenn der 13 nicht spankt. Ja. Fass du noch, Wem ist? Er hat 3. So, und wieder einer? Glaub nicht. Das ist wirklich mein Knick hier so. Er hat ein 13. Ah, ein 13, ein 13. Pass auf, Wem ist? Okay, nice. Dann kann ein 13 nicht hier unten. Fitspannen. Ja, und das bringt dem nix. Mermis hat sich jetzt eigentlich so eng gebaut. Ah, jetzt bleibt der unten. Vielleicht will einer not-shiften, Benni. Pass auf. Oder Schaf rauslocken. Okay, bau jetzt. Bau jetzt, Wem ist. Bau jetzt, Wem ist. Unten ist er wieder einer. Okay. Bau. Alles gut. Ich glaub der hat nicht, ich glaub der hat nicht mehr einen Bogen. Du kannst es bauen, du kannst es scharf platzieren. Aber er hat, warum geht denn... Ja, der 13 bleibt mit mich jetzt hier unten. Da ist ein ganz bekannter Freide rein. Muss ein bisschen... Ich seh ihn halt nicht mal. Er ist wirklich deutlich unter... Unter der Bauer ist also so. Er brummt sich absolut. Scharf kommt perfekt. Er hat wieder alles genau geschickt. Und wie laut ist das von mir? Ich bin halt unten nur auf 7 Herz und jetzt... Ey, jetzt auf 6. Ne. Jetzt ist da keiner. Ey, pass auf. Ey, pass auf. Ey, nein. Nein. Kommt rein. Ja, er ist so schön. Kommt rein. Natürlich wird mir das... Das ist ein Zwift, Digga. Ey, der hat vermesset diesen Zwift mit... Der hat da komplett... Puuuuhh... der denn ich habe jetzt den 1er reingelegt ja der hat es überlebt der blocksafe gemacht aber ich glaube nicht dass er 13 hat die haben alle beide haben glaube ich 10 hierzu von uns getankt ist ein bisschen stressig da der 13 ist beim tisch und geht einer jetzt der 1s op weg bei euch der kommt von oben das ist der letzte hallo ist der noch weg ist er wieder ganz legitim und geht die werden wie wir diesen schuss Ich hab heute schon ne Runde gespielt Ich hab hier selbst schon ne Runde gespielt Aber dass das Schlicht ist Wo ich eigentlich gar nichts zu sagen Stein tut die ganze Zeit mit ran hier Jetzt Das sind richtig viele Schafe 20 Stück bestimmt Ich hab alle Geh mit in den Spreys Also was auf die Chester Ich hab nochmal Ich hab nochmal Ist Matt offen? Link, Link, Link Willst du noch ein 3-Zone machen? Haben wir jetzt schon 2 EPs? Ja, was sagen, haben wir schon Wir könnten vielleicht noch 3 EPs machen Ich kann 3-Zone machen Hast du noch keinen? Ja mach natürlich, dann haben wir nur einen sonst Jetzt haben wir 2 wenigstens Wir könnten noch 1 sein Wir könnten auch 3-Zone EPs vielleicht noch machen Wer hat, warte, was? Nanox, was hast du alles? 1-Zone noch 4-Zone Also mit 3 EPs werden die jetzt häufig gerechnet Ich hab 1-Zone Stärke 13er Ok, du hast 1-Zone Stärke 1-Zone Stärke 13er Nanox, du hast keinen 13er Nö, ich hab 1er Nanox hat keine EPs Wollen wir 13er oder EPs machen? Ok Ich hab echt EPs nochmal Dann mach noch eine EP Dann nimmt Nanox noch eine EP Wer hat noch eine EP? Soll ich mir jetzt eine machen? Brauchst du noch Heals jetzt, Benni? Ja Ben, hast du noch eine EP? Ja, ich hab EP Hier Das ist schon mal 3 Hier ist noch Eis in der Chest Ich mach mal noch ein Gap Kannst du echt noch? Hier Noch mehr Habt ihr genug Essen? 11 11 11 11 Oh mein Gott, wir sind 11 Brothers 1-Zone Haha Ok, komm wir machen jetzt hier so Theater Ich bin Jessie und ich werde der Tanzen Ich werde der Tanzen 3 2 1 Bing 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 Ich bin Jessie und will für euch heute tanzen 3 2 1 Bing 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 Wie viel hast du? Fünf Wie viel hast du nach? Sechs Auf sechs dann passt Ich werde nach rechts gehen Aber Mitte, Mitte so, Mitte rechts Ich werde Mitte, ich werde Ich werde Mitte, ich werde Ich werde nach rechts gehen Ich werde nach rechts gehen Hast du irgendwas getript? 100 Folgen, ja Nein, nein, auch nicht Ja, dann haben die mit einem Gold-Gold-Gold Oh, ich schiele mal ganz kurz Jetzt pass auf hier Lanox direkt die Starkpotten, sobald er hat Also da hat keiner stark Wer ist Mitte, ist Savage und Lanox, ne? Ja Lanox oder Savage hat irgendjemand vielleicht noch einen Gap Ich hab noch einen Gap, ja Ja, ich hab einen Gap Die haben schon zu dick, Schwarz, die ganz vor mir drin Ich weiß nicht, was der Rechte da vorhaut Von euch aus links Die trinken Stärke, oder? Nein, sie trinken Milpots Falsch Nein, es fehlt es hier Ja, ich trinken alle Stärke trinken Oh, du hast richtigen Hitler-Aktem Ja, ich trinken alle Stärke Er trinkt alle Stärke Bis dahin ist eh zu Ende Moin, dann auch die Fort Ja, wir haben auch Stärke Ja, alle Stärke trinken Das ist eh nichts, bis dahin EP, oder? Ne, doch nicht Sag ganz so aus, weil der Weil er so nach oben gegangen ist Von rechts könnte eine EP kommen Von euch aus links könnte eine EP kommen Der Luis hat sehr viel EP Gap, 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 Gap Der will nicht mehr Luis trinken jetzt auch Stärke Der ist nämlich schon links Der ist schon links Der hat Gap Luis trinkt Stärke Der hat sehr viel EP Ich hab jetzt auch einen Gap Wir haben viele EP's Das bleibt doch nur ein 13er, oder? Wir wollen Mitte pushen Na, ich will auch Komm mal Mitte, komm mal Mitte irgendwie Von außen kommt jetzt auch in die Mitte EP, 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 EP Die anderen Pushen von in die Mitte rein Die sind alle mit Wir müssen weg, wir müssen wegstehen Nein, ist einer down Von hinten los, der ist allein Ich hab die gerappt Ich hab die gerappt Ich hab die gerappt Jetzt komm hier, geh weg Hab zwei Supporter doch Ne, ist noch einer Henni, hol ihn hier Geben Habe ihn Schön Oh, ich hab ihn so gerappt den Arm Nein, du hast jetzt nicht ernsthaft den Hotkicker Wenn die Schnecke Wenn die Schnecke der Vergeltung ihre Fühler ausstreckt, wird's schleimig Doppelpunkt 3 Raff ich halt Null, aber er ist lustig